Hallo zusammen, hier ist wieder der Echela und heute bin ich ja wieder für euch in Leech unterwegs. Und zwar wollte ich euch nur kurz was zeigen. Ich bin jetzt beim Prestige-System hier auf Stufe 12 und 49. Und wenn ich jetzt den Mob umgehauen habe, dann müsste ich auf 50 kommen, also sprich dann die Prestige-Stufe 13 haben und dann mein nächstes Mount kriegen. Und damit müsste ich eigentlich wieder voll sein. Warte mal, jetzt machen wir hier das bloß einmal. Nein, das klappt nicht. Ich wollte das doch groß haben, das Prestige-Ding. Moment, jetzt kommt es gleich. Bäm, da kommt es. Und ich habe mein Mount plus Achievement. Nice one. Wisst ihr was, ich lerne jetzt beide Mounts. Und mache demnächst mal ein Video, beziehungsweise ich habe demnächst mal vor, ein Video zu machen zu allen Prestige-Belohnungen, die es bis jetzt gibt. Jetzt gucken wir bloß, wie die zwei heißen. Und zwar... Ah, nicht bei Pets, sondern hier. Das sind die Prestige-Mounts. Warte mal, das ist das erste, glaube ich. Das hier ist das zweite. Und das ist jetzt das dritte, das ich habe. Also die sehen schon alle ganz nett aus. Es gibt aber nicht nur Mounts, da gibt es auch noch Pets und ganz viele andere Sachen, auch so Flaggen und sowas, was man sich basteln kann. Aber dazu werde ich mal ein komplettes Video machen. Ich wollte jetzt nur mal zeigen, dass ich endlich auf 13 bin und das ist auch das Maximale, was man im Moment erreichen kann. Ich kann jetzt zwar noch auf 49 hochspielen, aber auf 14 kommt man dann erst mit der nächsten Season. Ja, das war es auch schon wieder. Nur so ein kleines, kurzes Update-Video von mir. Wie gesagt, zu dem anderen mache ich dann nochmal was. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.